EnerX gibt es seit mittlerweile 15 Jahren. Wir beide sind 2002 in die Branche eingestiegen, kann man sagen, und das Wissen, das wir in den fünf Jahren uns ansammeln durften, haben wir dann 2006 genutzt, um den Startschuss für EnerX zu geben. Unsere Vision ist es und war es, eine überregional tätige Fachbetriebskette im Bereich der erneuerbaren Energien oder speziell in der Photovoltaikbranche aufzubauen. Damals gab es nicht und wir hatten so die Idee, eine Marke in diesem Markt zu platzieren. Ja, das Besondere in unserem System ist der Zusammenschluss dieser regionalen Franchise-Betriebe. Das ist ein Zusammenschluss hochmotivierter Unternehmer, die alle an der Energiewende zusammenarbeiten. Die unterstützen sich sehr intensiv und das macht unsere Gruppe letztlich aus. Stefan und Peter prägen seit Jahren schon die deutsche Solarindustrie. Durch ihr innovatives Konzept ermöglichen sie Quereinsteigern einen sehr schnellen Start in die Selbstständigkeit. Gemeinsam mit ihren Partnern haben sie über 25.000 Anlagen in Deutschland und Österreich montiert und leisten dabei einen sehr, sehr wertvollen Beitrag für die Energiewende. Wir sind extrem stolz, mit solchen Protagonisten wie Peter und Stefan gemeinsam eine Partnerschaft eingegangen zu sein. In unserer 15-jährigen Geschichte gibt es natürlich viele Höhen und viele Tiefen, aber es freut uns heute wirklich sehr, dass wir ein so großes Netzwerk mit über 100 Venture-Partnern geschaffen haben, bei denen sehr viele Mitarbeiter arbeiten und wir mit diesem gesamten Netzwerk einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten können. Excellent. But I am Kollegen. So we like to know each other. Ich bin ein bisschen größer le PSOON. So we like to know each other. Ich bin kein water alt, aber wir müssen auch ein besser. Ich bin ein bisschen mehr auf die anderen Seite, das ist schon wirklich sehr, sehr wichtig. Ich bin ein bisschen mehr auf dieanaend.